Ja, heute ein weiteres Unboxing-Video von mir. Ich habe ein Spiel bekommen. Es ist ein PS3-Game Super Street Fighter 4. Den werde ich jetzt mal unboxen. Da ist es. Super Street Fighter 4, cooles Cover. Ein bis zwei Spieler, mindestens 18 MB. 720p maximale Auflösung. Dann werde ich es jetzt mal unboxen. Oh, da ist leider das Cover. Ach, das Cover sah schon. Die Hülle kaputt gegangen von innen. Die Motul-Ray ist aber in Ordnung. Sieht sehr geil aus. Das ist jetzt nicht so schlimm. Schwarz-Weiß gehalten ist. Da oben ist es, ja. Kein Wendekover, leider. Ich hatte eigentlich richtig Bock drauf, das zu zocken. Das war das kleine Unboxing-Video zu Super Street Fighter 4 für die PS3. Peace, danke, ich bin raus. Bye-bye. ala. Untertitelung des ZDF, 2020